Der Sponsor des heutigen Videos ist Blazing Boost. Blazing Boost ist seit langem einer der führenden Coaching-Anbieter in Spielen wie WoW oder Destiny 2, wobei sie vor kurzem auch mit Apex gestartet haben und sich vollständig dem Coaching widmen. Man sollte sich hier nicht vom Namen enttäuschen lassen, denn all ihre Dienste sind stündliche Coachings, die sich auf die Verbesserung der Spieler konzentrieren. Sie haben Coaching-Dienste wie zum Beispiel Hardcore-Coaching, bei dem ihr für eine gewünschte Anzahl von Stunden mit echten Pros spielt und euch dabei zum Beispiel coachen lassen könnt, um im Spiel besser zu werden. Wenn ihr also irgendwelche Zweifel haben solltet, könnt ihr euch auch erstmal die Bewertungen anschauen, ansonsten findet ihr einen Link zu Blazing Boost in der Videobeschreibung. Die Runden haben schon meistens 20 Minuten gedauert. Nein, ich hab keine Waffe. 30. Ja toll, da ist noch ein... Ich bin tot. 33. Da muss immer noch Low sein, da ist immer noch One. Nein, wenn der mich wollte. Noch was. Noch vor allem Hammer, Mann, im Haus. Hier, auch Weißen. Der hat Lags. Loser. Hm, sind zwei. Hier auch noch. Ich bin noch so jung. Hier, auch Weißen, läuft hier. Was macht ihr da, hä? Ich schieb hier einfach rum. Pusht ihr mal, der hat übel die Lecks oder so, hä? Hey, das waren zwei andere, die mich angeschossen haben, das kannst du keinem mal zuhören. Dann haben wir da, wir sind im gleichen Team. Ja. Ich bin da. 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 also normalerweise weiß ich nicht das ist mir immer scheißegal was wir gemacht haben derjenige der damit machen würden würden wir den welt rekord schaffen er hat dann mit uns tiktok posten stehe alter moin moin oh scheiße scheiße ich hab mit dem bauer gelandet weg da einer oben drauf oh wie nervig alter ist der noch unten oben ja ich halte meine witte ins gesicht noch ein team da hat er nix mehr gar nix alter pass auf du bist alleine komm zu mir wenn es geht hier vielleicht da aus deiner richtung meine ulti war so scheiße du wäste da der oben geblieben hätte sogar es gepackt war der absolut low war ich hab sogar damit gekillt wie sind die denn beste fred party wirklich oder hä mich hat das doch wirklich geklappt ja hast du ne skynade geworfen ach so ja ja hä okay ach ich lass mal einen win holen na eine abschlussrunde ah fuck das abschlussrunde ja ja so piko mach ja du bist so dumm digga ja ja hier ist es auch ne guck dir mal an wie es über uns aussieht der west side auf der 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 dann die des parce hier hem hier die ich hab zwölf kills alter ich könnte noch 20 ich könnte noch 20 machen hast du deine ulti? lass die direkt nutzen, komm gibt es noch resporter? ist mobile? kein mobile drinnen ja lass terraformen so die richtung würde ich sagen bitte nicht fighten irgendwo da oben muss doch wer sein ja die sache ist es gibt halt keinen respawner doch einen aber damit kann nicht nur einer respawn werden wir sind halt nur in duos und zum craften gibt es keinen wenn du einen findest oder hast du zufällig ein mobile näher? aber lass erstmal alle versuchen zu killen da ist lila shit drin ne? da hast du gar geklingelt glaube ich ne ach komm schon man zwölf kills hast du das wird ein bisschen spannend ich hab 40% wieder auf meine rutschjahr zu golden hell ich kotze wo pimmeln die denn bitte rum mhm jetzt sind wir wieder hier ne? das kannst du dich aussehen das ist nicht im gesamten bereich glaubt keiner war vielleicht ich noch ja ja ich komme nein digga alter das ist ein witz das kann so das ist so dumm wirklich wir müssen die wesen lassen irgendwie guck mal da drinnen ich pushe den weg ich weiß hier den kurz down nur das ist gut vielleicht kann der wesen locker da drüben down lass die wesen lass da nicht drauf aim ja ja die wesen gleich safe ja 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 aber wo ist der maid von der bengalore schick ich nicht hä? ach scheiße digga bei mir zwei leute digga hä? Achtung ne da ist ein chargeballer mhm das ist der aber wie die da jetzt campen man ihr Spackos aber ich könnte es theoretisch immer noch probieren mit respawn halt einer low wir müssen irgendwie hoch das dauert zu lange sonst hätt ich meine scheiß ulti digga Zone ne? ich hole den ich hole den die respawn wie geil die anderen hab ihn ich pushe die anderen hier unten die sind da unten das ist die bengalore die ich geholt hab die geile jetzt wissen wir nur halt leider mich hier werden mit goldenen helmen alter ja moin nice vielleicht kann er nochmal respawn das wäre natürlich premium ich will zone lass direkt deine ulti benutzen oder? guck mal hier ist sogar direkt ein respawner ja lass die ganze Zeit respawner wir müssen das andere team killen dann schaffe ich die 20 noch perfekt das muss ein full squad sein das andere weil eben als 5 squads waren oh da unten ist was aber wir müssen glaub weiter fliegen das ist sogar solo ja lass es weiter bitte hol doch banner ja er geht zurück alter ist das eine ikone nice ich weiß nicht ob wir jetzt sicherheitshalber hier auch lieber einen ja ja wenn der wenn die respawn wir müssen den respawner unter dem auge behalten weil vielleicht hören wir den hier nicht hier hinten ja verkehrt die scannen ah ich glaub die lass ich lieber weg oder ist ein bisschen whisky ja ja ich möchte dass die portion und du dann verkehrst ja das wäre Whisky lieber 301 Paula aber wo ist das scheiß andere Team naja das ist echt gut warte meinst du Whisky benutzt ne ich dachte grad hier den müssen wir benutzen ne terraformer oder? ja boah zone nein ey lass an den zonenrand gehen oder? thank you wieso? weil wir müssen unbedingt das duo finden das andere nicht dass er an der zone stirbt das kann ich das darf nicht passiert das wäre ja zu dämlich vielleicht würde er aber hier respawnen weiß ich nicht wenn der überhaupt banner geholt hat wirklich ja eh die musst du eigentlich wollen ja aber fuck diga guck dir die zone an lass da hin direkt die zone könnte den direkt wieder nöcken guck dir das an das ist die dritte zone man oh fuck diga bitte überlebt das ich flehe dich an wir müssen eigentlich auf die zone rennen damit wir die dort hier noch hüte bevor die sterben ich meine einer wird sowieso überleben aber beide? bitte sei nicht so dumm bitte hier unten ist einer der steht ja der steht ja der steht ja der steht ja warte ich höre mir nein der andere ist wirklich an der zone gestorben wir müssen den anderen wir müssen die farm einen rausnehmen fuck diga wir haben die zone gescannt ne ja ja ne uns haben sie gescannt ja wir können ulten ja lass machen ja meine ich meine ich lass machen dann holen wir uns ne gute posi oh wie bitter ich hab die bengalow sogar noch genau vor mir gehört wie sie da umgegangen ist lass da oben drauf ja ja das war wirklich klar wir müssen halt einen holen ins finishen den anderen müssen wir leben lassen es geht nicht anders alter bitte nicht beide pushen jetzt ich hol den einen hier oben der andere ist runter gefallen ich finish den und dann weg hier lauf weg lauf ich gön mir die RE oh ich hab einen Mobi gefunden hier drin ja moin nein der ist scheiß drauf der nimmt einfach den lass da weggehen nicht das es so auffällig ist mit dem Mobi dass er direkt checkt was Sache ist am ende lief da extra das game Alter der steht da oben noch rum ich kotze bitte verpiss dich und hol den fucking banner von der mail du und rest ihn einfach das ist wenn er jetzt nicht rest verstehe ich das nicht ja ja der hat keinen stress der bengel die krise wäre wenn der andere gequitzt wäre ey komm bitte respawn man das wäre die 20 sonst gehe ich hier mit 19 raus ich kacke ab echt bitte man ich gehe einfach so weit wie es geht weg dass der mich auch nicht sieht oder so wie jetzt wenn wir nicht existieren hä aber wenn der jetzt nicht weasbaum verstehe ich gar nichts das raff ich dann nicht hm ja ja du ikone digga kannst du zu mir kommen ja ich sehe es natürlich immer noch Gefahr dass ich sterbe ne oder du eigentlich ziehst oder so Das sollte man eigentlich hinkriegen. Der ist da oben drauf. Nicht zu früh kriegen natürlich. Kannst du hier ein bisschen damage tun? Ich pushe den. Ja ok. 50? Ich hol den. Ich hab den. Ok. Find ich ihn. Mach zu ruhig. Ich muss betten. Ich hol den. Noch nicht. Nein scheiße. Kannst du. Nein lass mich. Komm komm. Ich tank. Ich tank. Ja ok. Hab ich. Ja. Let's fucking go Junge. Let's go. Jawoll. 20 bomb alter. Let's. Go. Nein der erste Season. Nice alter. Danke für deinen Support. Fast 4k. Was? Was? Ja. Nice nice. Wir sehen uns. Wie ist's. Das mal war.